und nämlich gar noch der job der ding ich war es nicht ich habe da planten weg und er ist besucht ja ich weiß es ist jetzt nicht so mega selten aber ich hatte zehn Prozent elf Karo Erz ich hatte ich hatte er mir ich habe die Freizeit-Karte Schrauben wegen ähm diese Fallen immer wieder überwärtig jetzt habe ich nicht mehr eine Schaum mehr habt ihr Honig oder Bündertech ich habe eine Schandträbe zu spielen ach du bist belastet können wir wirklich schneller machen weil warum nicht von das dinge zeit wenn du das ohne was machen den stoffen die ssv das ding ist mal ich kann das ding das ding ist halt das ding ist halt wir haben meine 2mpics mission in zwei tagen die drei waren es glaube ich mit auf acht gemacht und da und da haben wir von mindestens fünf stunden gebaut geführt fünf stunden ja auch hier über man nein nein Nein! Überall hier an den Wänden. Hier auch? Ja, ne? Nein! Obwohl doch hier schon. Dreizeiten schon, aber keine Deckenreifenstapel. Ach, Digga. Deckenreifenstapel sind hier verboten. Immer noch rüber. Nein, 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 hier nicht. Oder willst du hier Bodenkatapult hinmachen? Du hast doch gesagt, ich bin dran. Okay. Ich hab nur Wandkatapult. Soll ich hier aufreißen? Ich mach dir etwas weiter. Oh, und was soll ich hier für Decken fallen? Hab... Nein! Snogs! Hier bringt's doch nichts. Wenn du hier, wenn du die jungen Hoche gebrauen kannst. Ist egal. Ist egal. Ich hab nur Wandkatapulte. Ich hab nur Wandkatapulte. Nein! Das ist das Problem. Die einzigen Fallen, die ich hab, sind Deckenzapper, Bodengestörer, Bodengriller, Breize, Wohin? Warte. 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 Ich muss auswählen. Wo? Okay. Bring einziehbare... Bring einziehbare Bodenstacheln, eigentlich was? Ich hab... Ich hab... Theoretisch... Hölzene Bodenstacheln, äh... Hölzene Bodenstacheln, äh... Stachen auf, äh... Läggie. Also Full Läggie. Ich hab... Ich hab keine... Was brauchst du denn, um welche Herzenstellung? Ich hab keine... Ich hab keine... Ich hab keine Ahnung. Musst du ihn tragen. Nichts einfach für Dekoration, weil ich zu viele früher hatte. Ich hab nur noch 140, weil ich alle getradet hab. Hä, ich doch, du hast ja erst gern. Und zwar... Schau auf. Ach... Ach... Ansonsten! Mä... Bin ich frei WooD M Deinem Α Me hang nicht. Und zwar nicht... Ne... Ne! kein schwarzes ob ich jetzt habe ich nicht mehr das ganze habe ich mein bruder gegeben man rührt wie viel hohe klanken hausse ja ich hab nur neun war ich habe eine richtige idee kaputt wir bauen einfach denken ja manche fallen bringen kann hier das ist nicht doch einfach welche wiederverwerten muss doch nicht wird einfach nur was wir machen und dann ich habe mir verlaufen was braucht man noch mal planen warte ich glaube hier haben die Fakten ich glaube einfach Bitte. Wo soll ich jetzt deckenreifend Stapel machen, alles? Da oben. Hier oben. Ja, überall oben ist gut. Und hier, die Dreizeite? Ja, ja. Hier, die Wohler. Dreizeite? Dreizeite? Ja, ich muss jetzt wissen, welcher Schlager holen. Ich hab keinen mehr. Äh, die Bursche haben drei. Ja, ich muss Schlager holen. Wie komm ich hier raus? Ach hier. Ach hier. Äh, eins, zwei. Toll. So, zwei Stacks jetzt. Wo denn? Also, ich will jetzt hier nicht, äh, dezent rummeckern, aber, äh, nicht so hetzen. Sonst, äh, geht das nicht. Ja. Aber wie lange habt ihr denn überhaupt noch Zeit? Habt ihr noch Zeit, oder? Ja. Welchen? Wo? Ach ja, welchen? Wie lange spielt ihr schon mehr, wir sehen? Wie lange spielt ihr schon mehr, wir sehen? um um ich habe eine Frage hat es einen Sinn dass sie von einem Loch ist herrn wie man ein Sturm schreibt mag ich meine Händen aber das haben wir noch nötig ich bin hier gerade umgegangen in der ersten Laufbahn die Händen wir müssen nach einer Abteilung abrufen ob man mit einem Stuhlstamm weil er auch noch er wird von schnau doch egal wer was war ich will macht es einfach nur kannst du das neu machen und wenn ich hier schon mal zwingt ich habe keine decken aber ding und hab da keine die 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 Ja, aber ich will erst mal bei mir machen. Auch oben. Habt ihr gar keine Fun mehr oder wem? Ja. Vielleicht nicht zappen oder wem? Ja. Leider nein. Auch wie ihr seht. Nein. 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 Wir sind okay. Wir sind okay. Ja, bis 10 auch nicht. Aber könnt ihr mich als Freund lassen? Den kann ich euch morgen wieder. Ja. Okay. Kann ich euch Sachen geben? Mhm. Weil Drive-Cook kann ich euch maximal nur noch zwei, vier, sechs, acht, neun, so noch geben. Ja, okay. Okay. Weil ich jetzt halt rausgehe, kann ich euch bonus oder geben oder was frag ich? Vielleicht ja. Ja, okay. Ich hab 3,9k bonus gemacht. Passt schon. Okay, ähm. Wie sieht's jetzt aus? Achso, ich schnack mich jetzt. Weil ich meinte, du musst dich dann noch abholen. Achso, ich schnack mich. Achso, ich schnack mich. Nicht so, ähm, komm mit Spam. Ich geh zu. Alles klar. Schildleistung steigt. Hihihihihihi. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Norden vor. Ja! Verbesser was du musst, mach was du willst! Ja! Aufdoppeln! Die Stimme sind aufdoppeln! Boah, dann hat's ein Problem, wenn's nicht klappt. Ich bin aufdoppeln! Ich bin aufdoppeln! Ich bin aufdoppeln! Ich bin aufdoppeln! Oh, das ist so gut! Ich bin aufdoppeln! Achso! Was? Ja... Du, Cari, seid schon hart! Hat nicht! Ah! Negativ! Aber warum? Ich hab... Ich bin grad am editen! Am edit flexen! Nein, hab meine Drohne gehört, äh... Die... Nein! Nein! Ich bin nur acht! Hi look! Hi look! Hi look! Was geht? Hier! Ja! Weil jetzt wird dreimal A angegriffen, das ist halt nicht so geil! Leider nein! Soll ich jetzt warten, Markus? Soll ich jetzt die Gegner aufholen oder sollen wir jetzt aufholen? Soll ich auch kriegen! Nein! Kriegst du nicht? Ah! Shit! Nein! Kann nicht! Oh, oh, oh! Wie viele sollen wir denn haben? Wie viele sollen wir denn haben? Wie viele sollen wir denn haben? Äh... Wie viele sollen wir denn haben? Wie viele sollen wir denn haben? Wie viele sollen wir denn haben? Kann ich nicht einfach... Oh, ich hasse es! Ich hasse die Hexen! Ich hasse die Hexen! Und die Feuerzombies! Und wenn's nur fallen sind... Nein, look! Du kriegst sie verlosen nicht! Ich hasse es! Ich bin jetzt schon wieder angezündet! Ich hasse Feuerzombies! Ich werd durchgehend angezündet! Ich hasse Feuerzombies! Weil... Hä? Der reihte sich auf einen Angriff auf dem Oslo! Ich kann die Fotzenhexen mal kommen! Ich find's... Hä? Ich find's aber, äh... Ich find's aber, äh... Ich find's aber, äh... Denk komisch, weil... Bei mir war's Ding! Bei mir war's dreimal A! Warum? Oh! Nee! Wenn's meinst du da... Nu sagst du uns... Puls! Ja Bei mir war's schief... Was? Das Problem ist, ich habe keine noch Kripsen. Und Frankfurt war ich auch nicht. Ich hatte früher, also vor ein paar Tagen, 10 Stacks, ne nicht 10. 4 Stacks Sprengpulver oder so, aber ich habe hier halt nicht viel Harz da. Was ist die beste Waffe eigentlich für FSV? Das Problem ist, wir sind auch deathomatisierend. Das Problem ist, wir warten und wir warten. Das Problem ist, wir warten und wir warten. Was ist die Waffe? Wie viel Waffe denkst du, hast du schon durch ganz Erdweil verdient? Was ist das? Oh, ich hab ihn gelockt. Der Weg hat sich nicht zufrieden, dass er weitergeht. Der Weg hat sich nicht zufrieden, dass er weitergeht. Der Weg hat sich beruhigt. Eine weitere Wette kommt bald. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Norden vor. Mh, achten wir, ja. Wie viel denkt ihr schaffen heute noch die Verteidigung? Wenn du das... Ich kann dir eins sagen, wenn du nur deine Waffen upgraden willst, dann musst du nur das hier. Ich weiß, aber ich will halt... Das geht mir immer noch nicht um die Saft, weil ich hab sowieso nur scheiß Waffenskipfen. Ja, ich weiß aber, was bringt denn die scheiß Waffen? Ziemlich. Ich hab ja schon 20 Stück, aber... Ja, schlock dir auch ein bisschen. Schlock dir ein bisschen. Ich hab ihn. Ich hab die Klemme auf der Einde. Ja. Schade. Wer ist das denn noch? Kennt ihr ihn? Ich hab die Klemme auf der Einde. Ich hab die Klemme auf der Einde. Ja, aber jetzt ist der Bock von mir. Na, Junge, verdieb sich heuer, Alter. Ja, reicht doch nicht. Ich hab die Klemme drauf, Alter. 7.50 Sonnen pro Weg, Alter. Ja. Nein. Ich hab die Klemme auf der Einde. Äh, so viel. Ähm. Habt ihr so ne... Ihr habt wohl so eine richtig seltene Hüfte. Na, ich mein, es gibt einen Hüfte wie die Versorgung oder so. Snogs, du hast nicht, äh, du hast nicht zwei Doppel, äh, du hast nicht eine Doppel, du hast zwei. Komm auf, zwei Doppel, eine mit Doppelfeuer oder Energie. Eine Energierung, Feuer. Ähm. Ähm. Ja... Ähm. Ja, das war's. Mmm, it's sad. Was ist das eigentlich? Was ist ein kleines Problem? Wer muss essen gehen? Sinox Sinox Könnt ihr nicht kurz die Rollen tauschen? Leider nicht Hilfe Warte mal Sinox 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 Ich hab kein Metall. Ich hab nur Stein. Kannst du nicht einfach kurz Baum und ich und er machen, wenn die SSV? Das Ding ist... Ich... Ich krieg das hin. Ja, dann mach du das doch schnell. Ich dachte, du hast... Ja, keine Ahnung, egal. Aber schaffe ich mit Gaming, Dragon, Rock, SSV? Ja, ne? Ja. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, wo die fallen hin sollen, weil... Bei ein Decken E, bei den anderen Decken Zapper... Ich glaub, beim B kommt, äh, innen drin, äh, nur Decken Zapper und, äh, Ding und, äh, sonst Decken E-Felder brauchen wir, glaub ich, fast kaum. Wieso? Das hört sich so an, als ob du gerade Minecraft spielst, da ist er. Soll ich dir gerade noch etwas bauen? Äh, Decken E-Machen? Nein, du brauchst gerade gar nichts. Warte mal, bevor... Snogs... Warte. Warte mal. Äh, Breitseiten auch, ne? Überall. Warte mal. Alter, Leute, ja. Hm, hm. Das ist noch. Du musst dann, äh, wir müssen dann den noch. Das, äh... Ähm, du weißt was. Dezent. Ne? Ja. Du fast, ja. So. Hä? Hä? Wir hatten gerade eben schon einer. Ich hab so... Ach stimmt, der hab ich vergessen. Lost. Lost. Ja. Ich nehm mir mal mit. Ähm, moin. Die, das ist... Warte. Ich nehm nix. Nimm nix. Tschö. Nimm nix. Zack. Warte, 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 warte. Sind das hier jetzt insgesamt... 50. Hier. Ja, sind doch alles 500. Warte mal. Ähm. Ihr müsst euch jetzt irgendwie aufteilen. Ja, teilt du einfach das in der Hälfte. Prozent. Hallo. 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 Du? Äh. Wir brauchen keinen mehr, kannst du tun. Hä, der kann doch helfen, oder? Egal. Theoretisch schon. Ja, aber man muss nicht. Bei C weiß ich, wo er ihn hinbleiben muss. Ja. Ja, ja. Hä? Oh. Ja. 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 Das war grad der Rollerfall. Ach, dieses fette Ding, da. Ja, gut. Ja. Ja.